So, willkommen zu einem Video. GTA San Andreas auf der PS5. Die Detonative Edition. Schauen wir uns die einfach mal an. Ich habe mit der schon lange gespielt. Ich bin schon in San Fierro. Ich muss sagen, mir gefällt die Edition wirklich schön. Wir haben hier das Menü. Es schaut anders aus. Wir haben die Karte. Wir können jetzt Wegpunkts setzen. Dann haben wir auch einen gelben Marker auf der Karte. Dann können wir noch hier. Ich habe jetzt eigentlich eine normale Speicherung. Und es gibt Checkpoints. In jeder Mission gibt es Checkpoints. Das ist auch ziemlich geil. Und das kennen wir noch. Stadistiken kennen wir auch. Und dann haben wir noch Optionen. Da hat sich jetzt nicht viel verändert. Dann kann man hier noch hier. In der Grafik schrauben. Das gab es früher auch nicht. Dann kann man einstellen. Wie wir es vom PS5 spielen kennen. Dann wieder auf Leistung setzen. Oder auf Wiedergabe zu Neue. Ich habe Leistung gemacht. Das ist schön. Plötzlich läuft. Und dann haben wir noch eine Audio-Scheiße. Ach ja. Fürs Video muss ich leider die Musik leisten. Leise stellen. Sonst wird natürlich gesperrt. Hier haben wir noch die Sprache einstellen. Untertitel. Ganz scheiße. Und ja. Das ist richtig. San Andreas. Definitiv. Elis. Ja, ne. San Andreas. Ich hab ihn dafür gerne nicht rein. Und. Und. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen. Ja. Grafichechnisch. Aufgehübscht. Immer noch die gleiche Engine. Aber. Aufgefrischt. Man sieht jetzt mehr. Man sieht mehr im Charakter. Man sieht mehr am Wasser. Nur die Beleuchtung ist besser. Die Explosion. Ist alles halt modern aufgebaut. Weil immer noch die gleiche Engine. Wie früher. Und die Grafik. Aber halt aufgehübscht. Auf bis zu 180p. Äh 4k. Und dann ist es. Ja. Gut. Ist es gemacht. Vor allem. Finde ich gut. Ähm. Wir haben uns einfach mal. Eine Mission. Ähm. Ja. Von der Schwierigkeit her. Ist es immer noch schwierig. Das Spiel. Es war schwierig. Und es ist immer noch schwierig. Ähm. Aber. Die Checkpoints sind wirklich nützlich. Früher musste man immer. Wenn man stirbt. In Missionen. Komplett wieder zu der Mission hinfahren. Und die Komplett noch ohne spielen. Hier haben wir jetzt. Bei jeder Mission. Hat man jetzt einen Checkpoint am Anfang. Bei verschiedenen Abschnitten. Und es ist wirklich. Sehr sehr hilfreich. Und beruhigend. Mal hören wir das. Mal ausschalten. Warte mal. Geht das nicht anders. Hier. Es gibt es. Alles hier. Hier. Kann man das wieder ansehen. Wie geht der 5. Kann man das hier. Ja. Auswählen. Ähm. Ich kann das eigentlich noch laut stellen. Oh. Pfff. Pfff. Ich muss hier mal betonen. Muss ich mal übertönen. Pfff. 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 Maaaain. Gott. Ich hab meine Arme auf den. So. Pfff. 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 Was ist das für heute? Was ist das für heute? Stopp' mit mir! Okay, ship. Take up and go check it out. Trouble? The Danang boys are arriving today on a container ship. Little Lion's gone to check it out. I really gotta go, too. Hey, man, look. Don't even trip. I'm gonna handle this for you, alright? Thanks, my friend. Your help and friendship has been invaluable to me. Thanks, man. What are the other guys? Oh, they're getting a helicopter to do a couple of flybys of the ship. Look, if everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Well, I think we're going to the casino, or not? Let's go to the door. Oh. There's a midi gun. Cool. Oh. 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 Boah! Scheiße. Köpfe los. Alter, was machst du? Wir haben alles verloren? Ach komm. Schönes Sniper gewesen, alles weg. Scheiße. Ich habe wirklich alles verloren. Ich habe mich nicht mehr verloren. Das ist mir jetzt, oh, ich bin. Ah, nice. Alter Du hast eine gute Nacht, Asshole Gib mir die Mini-Granach, oder? 4 plus 3 Schuss, Scheiße 4 plus 3 Schuss, Scheiße 4 plus 3 Schuss, Scheiße Na, muss ich wieder zu abonnieren Nation, oder? Wow Die Moni Die Moni Die Moni Das wird ne... Scheiße Ich hab's für immer auf der FKZ3 gespielt Bis zu Lass und Entfuhren ist Und dann... Auch Scheiße Du Hallo Mein Gott Ja, das muss ich nochmal machen Ja Ja, aber der wichst ja nicht an wie sie Das ist ja Dreck Nein, das ist ja die Scheiße an dem Spiel Der hält nichts aus, der du Der boh, der hält nichts aus Das wird wichtig Das ist ja die Scheiße an dem Spiel 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 Hey, das ist ja die Scheiße an dem Spiel Das ist ja die Scheiße an dem Spiel Ja, das ist klar, das ist klar, das ist klar, Mann, mein Gott, ich hasse diese Mischung. Das ist fies, ey, hallo, ey, das ist so ein Scheiß, ne, ey, das ist so eine Scheiß-Mission, ey, Mann, ey, das ist furchtbare Spiel, das ist assoziiert, furchtbar, ey, das ist so scheiße, ey, das ist so assoziiert, dieses Spiel. Ja, das wird nix, muss jetzt wieder sterben, ja, komm, mach ja nix, mein Gott, Schwimmer, ey, ey, das ist furchtbar, ey, das ist furchtbar, ja, das schaffe ich nicht, ich knall mich schon wieder ab. Ist das denn da leise, ist das, das geht doch gar nicht. Ja, komm, ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll, die Mist, ich weiß es nicht, ich hab keine Ahnung, wie soll ich das schaffen, das ist unschaffbar, oder? Das geht nicht, ey, das sind nur eine Milliarde Gegner, würdest du mich verarschen? Mann, ey, das ist die Heide, oh, hey! Stell dir so an, Bimbo! Lutsch doch mal eine Eichel langsam mal hier. Der ist der Kutter, irgendwie... Der ist der Kutter irgendwie. so gut oh obwohl jetzt hätte ich eigentlich eine Chance NEIN oh f*** so gut wow da kommt einer oh oh ok jetzt da liegt das nicht ok die ersten zwei sollte man meiden ist das gut ja ja expeed alter ja ist klar heidi ist gut mein Gott diese Steuerung ok noch nie ich sehe nichts muss ich da überhaupt hin ich sehe nichts muss ich da überhaupt hin einen ok gull schön ok doch das musst du den den ja da Alter, ich seh nichts, ey. Alter, was ist das dunkel, ey? Das wäre ja nicht wirklich viel. Ich habe mich jetzt auf Leistung gestillt. Huah, lebe. Was ist das? Asshole. Asshole. Here I come, Asshole. Ja, Asshole, ich bin das Asshole. Jetzt geh mal runter, Arschlo. Jetzt haben wir hier noch mehr Schöne. Ah, nice. Gott sei Dank. Ganz wichtig, Schutzwessel im Anhang. Im Spiel steckt man so schnell. Noch schneller als ein Guitar 5. Schlimm, das ist schlimm. wow Alter, das ist immer wieder gut hier Alter, boah, das ist knapp boah, ja, das liegt was ist der Condainer hey, du, helf uns hey, please please, the snake hat uns we're prisoners please, help us escape the snake hat is up on the bridge the snake hat is up on the bridge it's a free country it's a free country to break up okay, close off the bridge okay okay Das ist richtig lang. Auf jeden Fall gefällt es mir richtig gut, vor allem die Checkpoints. Es ist wirklich besser und es ist halt immer noch sauschwer, aber was soll man machen? Ich gebe auch einen Tipp, macht auf jeden Fall die Krankenwagenmission und Feuerwehrmission. Bekommen die Feuerfestigkeit und größeren Lebensfolgen und immer Schutzweste tragen. Das sagt immer nur Juhu. Oh nein... Ah, der ist Vektor. Ich bin da, rein, rein Scheiße Was ist denn der Dereckstar? Was muss ich machen jetzt? muss ich nach unten gut 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 Was so? Thank you for everything! Nice! There's a little coal that brings! That's nice! Oh! I don't know if I can get out of here! 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 So! Maaannn, jetzt komm... Alter Junge! Junge! Maaannn! Ey der Schiss ist furchtbar das... Alt und scheiße! Boi... Ah man hat mir eine Teliaden Mission! He weiss nie... chr... Jena! Ich bin in der Schirr! Ich bin in der Schirr! Das nächste Mal sehen wir uns bei Yslii! YTC